So, da ist der alte Mann zurück, ähm, Pausebild weg, passt soweit alles, oh Gott, ähm, jetzt stellt sich mir nur eine Frage, das sind immer ungerade und gerade, äh, ne, alles ungerade, gut, ich will ja nicht in dem Turm verweilen, ich würde mich gerne so richtig schön aufbauen, dazu brauche ich Dirt, wenn ich auf eine Ebene komme, gut, haben wir mehr als genug Dirt, würde sagen, wir machen auch gleich in den Quests weiter, ähm, oh, ganz ehrlich, ich muss erst nochmal, genau, äh, Leder, 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 hier, aha, und welches Tier droppt das Leder, oh, die kann man craften, oh, interessant, gut zu wissen, Ah, was ist denn das, cool, brauche ich nicht, äh, okay, mit Pferden werden wir hier definitiv, definitiv auch reisen, da werden wir nicht drum rum kommen, aber schade, dass nicht gezeigt wird, welches Tier Leder droppt, ich habe noch keine Kühe gesehen, nur Elefant, ne, ganz ehrlich, der sieht nur so aus, als ob er gefangen ist, hat kein Leder gedroppt, ah, nein, scheiße, greifen wir mich jetzt alle an, ich hoffe es doch mal nicht, ne, gut, oh, nice, äh, hier, Quest, wir können die Essens Quest abgeben, nice, nice, äh, wo haben wir das Spiel, da, haben wir erledigt, du musst ein Schild craften, ach, leck mich doch, hä, hatte ich doch schon, ah, was, warum, warum, andersseits, ist ein bisschen Beschiss, das Einzige, was ich nicht mitgenommen habe, unter Tage, wow, ähm, dann hier, braid a animal, tame a animal, ja, ich wollte eigentlich das mit dem Wasser austesten, ne, als Fahrstuhlersatz, oh, nö, es wird schon wieder Nacht, oh, nö, da ist ne Kuh, die hat sie schlafen gelegt, das ist ja cool, das ist ja cool, okay, wir müssen uns erst mal richtig schön aufbauen hier, es geht nicht anders, das geht nicht anders, dazu muss der Berg jetzt hier verschwinden, cool, wow, was war das denn, och ne, warte mal, es ist nachts, jetzt spawnen auch wieder die ganze Zeit Zombies, oh, lol, das ist ja cool mit nem Elefant, ne, ich hab keine Emeralds, scheiße, äh, Schaufel ist gleich broke, gibt's hier, da ist sie kaputt, ich dachte, hier gibt's Steine, nö, anscheinend nicht, äh, okay, ich hab Leinen bekommen, die werden wir gleich brauchen, hab ich ne, hab ich mir nicht ne Eisenschaufel gemacht, wenn nicht, dann mach ich die jetzt, äh, ah, ah, okay, das geht so natürlich nicht, oh, du willst mich doch, äh, Eisenschaufel, Eisenachst, kommt das alles erst mal da rein, die muss ich wieder reparieren, oh, 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 da geht das Eisenflöten, also in dem Turm lebe ich, wie gesagt, nicht die ganze Zeit, hier wird was ordentliches gebaut, äh, was bist du denn? Hääääh! Äh. 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 Okay, ich brauch definitiv ne Base, die safe ist. Und die lassen alle Munition fallen, warum das? Als ob hier jeder Zombie, der vorher Mensch war, äh, ne Waffe bei sich trug. Okay, soll mich nicht stören, umso weniger muss ich herstellen später, aber trotzdem. Ähm. 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 Du bist auf diese Ebene runter, würde ich sagen, der Rest wird dann erstmal alles angeglichene. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht weiter, ähm, in die Dings gehen unter Tage, denn da werden wir uns einen richtig schönen Mien-Schacht anlegen. Äh. Alter, was war denn mit dem los? Äh. 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 hier. Und die sind tatsächlich nicht so schön. Oh, ich höre schon wieder den nächsten kommen. Ich weiß, dass ich hübsch bin und lecker aussehe, aber trotzdem, ihr kriegt mich nicht. Oh, ja gut. Ich muss mir überlegen, wie baue ich meine Palisade? Baue ich die aus Stein? Aus Holz? Aus Eisen? Stopp mal. Wenn ich hier oben bin. Ich weiss nicht, es wäre geil, wenn man hier oben die Base hätte. Das wäre tatsächlich safe. Aber ne, hier muss man zu viel aufbauen. Ich werde sowieso 10.000 mal meine Base umbauen, so wie ich mich kenne. Wenn mir die irgendwann gar nicht mehr gefällt. Nein, 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 nein. Fui, aus. Ich brauche ein Bett. Munition war nicht da drinnen. Scheiße, ich muss gleich mit Dings weitermachen. Ich habe kein Eisen mehr. Ähm, ja, schön. Ich habe kein Leder. Ich habe kein Eisen. Ich habe gar nichts. Ich habe nicht mal eine Zeit, um die Quest weiterzumachen. Ach, ist das schön. Da unten stehen sie. Echt, auf jeden Fall nach da bauen. Yo. Ich muss nur die Kacke mal angleichen. Au. Okay, ich habe es in Kauf genommen. Oh. Da kommt die nächste. Oh. Die nächsten. Those meter öffnenin. Das ist dann... Holy Shit. Ja, alles klar. Ich habe die Erde weggelegt. Kann das sein? Ich habe die Erde weggelegt. oh man gibt es ein will das wort nein gibt es nicht ich habe gesagt bis auf die höhe wollte ich machen oder ach du scheiße so viel dreck habe ich doch gar nicht ich glaube ich dass das ausreicht mit dem was ich vor habe nö das reicht never scheiße was mache ich jetzt ich brauche noch mehr dreck 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 das ist so schwer jetzt dort jetzt die ganze zeit dreck setzen wird der hoch langweilig die bäume eignen sich gut für baumhäuser das abholzen ja gut ich werde hier oben die base bauen können wir ja schon mal hier 12 ein bisschen ausleucht damit hier nichts mehr in der umgebung spawns hallo immer schöne fackel setzen bitte danke so wasser haben wir auch scheiße dass wir hier natürlich übelst nah an der stadt sind das nehme ich jetzt aber mal in kauf oder bleibe ich im tor dort wo der platz ist das ist doch scheiße ich kann mich einfach nicht entscheiden ich kann mich einfach nicht entscheiden ich will ohne zu nah an der stadt sein mann 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 wisst ihr was ich bleibe im pillager dorm ich baue dort die base dreck kann ich ja offscreen alles fahren so ist es nicht wir machen erst einmal weiter im geschehen ich werde noch ein bisschen was reißen hier ich möchte ja noch ein bisschen was reißen die fackel noch und die fackel noch f7 wieder aus dann erst einmal alles raus was ich jetzt nicht benötige nötige so weiter im questbuch andersseits ob dieser riesen golem jetzt endlich weg ist er scheint weg zu sein dafür höre ich schon wieder andere ach kommt wer ist nur eins ok ich muss auf jeden fall auf die erhöhe jetzt gekommen so das reicht erstmal für die nächsten fackeln und dieser regen ich weiß gar nicht ob man den bei euch hört da ist der xxl tausendfüßler ui was ist das denn kupfer nehm mal mit oh das kupfer sieht geil aus das erz ok schwierigkeit 6 ist hier unten wo ich gerade bin holy shit warum jetzt weiss ich ungefähr was die difficulty anzeige ist ich brauche andere zeit nein ich hab dich gehört geh mir bloß vom leib andere zeit wie viel werde ich denn brauchen hm gute frage wie viel haben wir davon brauchen wir haben jetzt 36 nehm ich ein stack mit sicherheitshalber sicherheitshalber nehm ich ein stack mit hm 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 59 60 1 2 3 4 ja wir nehmen ein stack mit hm 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 ich höre gollom ich hab gollom gehört irgendwo wenn der kommt bin ich weg da bin ich dann definitiv weg. Hallo, einsammeln. Danke. Ich muss darüber. Hey, wo bist du? Hi, Kumpel. Warte mal. Da ist Gravel. Nicht, dass ich noch erschlagen werde hier. So. Ich brauche immer noch Leder. Oh, was ist das denn? Schon wieder Kupfer. Dieses Mal in Grün. Und in Orange. Ah. Erst von der Mod Crate. Interessant. Ich baue es ab und es wird Orange. Okay. Darauf erst mal ein Stück Kami. Eisen, Eisen, Eisen. Pik ist auch gleich broke. Aber hier ist es immer fertig. Gut. Wie viel Eisen haben wir? Sieben und recht. Das reicht ein paar Mal zum Reparieren aus. Äh, die Kohle hole ich später, wenn ich sie brauche. Okay. Äh, hier nach unten. Da werden wir uns definitiv noch runtergraben. Wow. Gibt es nämlich auch noch einiges an Ressourcen. Aber wir müssen auch noch auf die Deerhöhe kommen. Äh, das war immer Höhe 11, was ich gefarmt habe. Ich sollte vielleicht ein paar Torches setzen. Das mache ich auf dem Weg. Äh, ich bin gerade mal für 47, ernsthaft? Holy shit, wie lange soll ich noch nach unten graben? Deswegen hätte ich gerne so einen Wasseraufzug. Ja, die Kohle ist erst mal Schnurzpieps. Äh, ich werde mich dann erst mal um einen Wasseraufzug bemühen hier. Das ist ja... Das ist ja nervig. Äh, ja. Kann sich nur noch um Wochen handeln. Oder um Monate. Das Eis nehme ich aber mit. Hey, wir sind auf die Höhe. Nice. Äh, das Eis, dass ich hier auf jeden Fall jetzt so Fackeln setzen muss. Okay, um Eisen komme ich nicht drum rum. Ich muss es mitnehmen. So, wenn der mir jetzt erzählen will, der hat das so krass geändert, dass hier... Ähm... Dias nicht spawnen. Ja, gut. Was? Raritanium? Was ist das denn? Dias! Loll! Und nicht gerade wenig. Das ist nochmal so ein Raritarium. Das kann ich aber abbauen mit Eisen. Interessant. Ja, mal gucken, was man daraus macht. Mal gucken, mal gucken. Äh, nein, das nicht, aber das da. Ja, schön, schön. Vier. Fünf. Ich hätte einmal Wasser mitnehmen sollen. Oh, ganz schön ausleuchten hier. Okay, ich habe hier eine reine Diamantenquelle gefunden. Nice. Holy shit. Ich werde definitiv, äh, in der Overworld nirgendwo anders hinziehen, wenn ich jetzt hier schon so krass Erze habe. Holy shit, also... Ja. Reines Erzparadies hier bei mir gerade. Ich hätte nur meinen Eimer mit Wasser... Ah, ha, 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 Moment doch mal. Dü, 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 äh, äh, zwei Stück reichen tatsächlich erst einmal aus. Eisen. So. Da machen wir uns einfach mal schnell in den Eimer. Ja, wird allerhöchste Eisenbahn, denn meine Picken gehen so langsam kaputt. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Werden wir Redstone brauchen? Ich denke mal schon. Eimer, 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 und mein Schwert reparieren. So. So, bei mir fahren sie draußen wieder fleißig. Äh, ja, Eimer sortiert. Schön. Wo finde ich jetzt Wasser? Ähm, das bedeutet aber nichts Gutes. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, da habe ich mich gerade verschluckt. Okay, ich weiß es von einer anderen Mod. Wenn sowas passiert, kommen Feuermobs. Und jetzt kriege ich so langsam mit Angst zu tun. Und was das hier ist, keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mal mit. Sieht nice aus. Oh Gott, ich muss mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich gerade so ins Mikro gegustet habe. Aber ich hatte es ja schon ein paar Folgen zuvor gesagt, dass ich, also zumindest jetzt für YouTube, äh, die Leute, die das auf YouTube gucken, ein paar Folgen zuvor gesagt, ich bin erkältet, krank. Und für euch auf Twitch, tut mir leid. Äh, tut, 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 wie sieht es denn Questbuch technisch aus? Ich habe doch jetzt Dias. Okay, ich muss tatsächlich eine Diapicke machen, ne? Wären wir auch gleich. Ach Gott. So, damit keiner reinplumpst. Äh, so. Ach komm, die kann ich neu craften, so. Dit kann ich alles neu craften, ne? Oh, reines Erzparadies hier unten gerade. Schön, 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 schön. Wie viel Reds? Ah ne, da passt noch was. Wir haben noch ein bisschen Platz. So, Eisen war hier auch, dort. Oh, das war knapp. Äh, das schmeißen wir erstmal alles raus. Das auch, das auch. Sortieren. Jo. Hammer, noch irgendwas, was auf die Schnelle abgefahrent werden muss. Da hinten geht es halt einfach weiter. Äh, das da. Äh, das da. Hier ist vorerst nix, okay. Oh, das war knapp. Das war halt gerade mal wirklich knapp hier. Äh, okay. Sparkasse schickt mir eine Nachricht aufs Handy. Wegen Wochenende irgendwas. Ja. Die Woche hat gerade erst angefangen. Nice, nice. Das ist schon, aber dieses Zeug, was ich gerade abgefahren bin, ist schon wieder von einer ganz anderen Mod. Und, okay. Loil. Okay. Loppelz. Nice. naja komm scheiße auf kohle nehmen auch gleich mit die kann man dann erstmal umcraften in blöcke weil da habe ich jetzt hier unten erstmal ist abgeformt ja in dieser wunderschöne gravel ich wäre hier war keine kohle Da ist noch Redstone. Nehmen wir auch noch mit. Ich muss da mal gucken, ob es die XP Tomes oder so drauf gibt, um Experience zu speichern. Das wäre geil. Okay, ich habe jetzt schon viermal XP verloren und das war nicht so berauschend. Hier noch. Kaum alles mit hier rein ins Gepäck. Oh, oh, Eisen übersehen. Oh, nee, 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 nee. Das geht gar nicht. Eisen übersehen geht gar nicht. Okay. Du, 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 du. Oh, oh. Ja, da komme ich so nicht ran. Dann machen wir das so. Ne, das war ein Kabel. Hier unten hatten wir alles weggemacht. Ja. Hier ist nur noch das da. Aber hier ist noch anderes Zeug. Ganz ehrlich, die können jetzt auch weg. Das kann weg. So. Gibt es hier nicht irgend noch einen anderen Backpack, den man so auf die Schnelle craften kann? Ohne Leder zu brauchen. Man braucht für alles immer Leder. Na, so was. So, noch mal sicher gehen hier. Ich kenne mein Glück. Ich fall da bestimmt rein, auch wenn 20 Blöcke daneben sind. Oh, noch mehr Lapis. Ne, mich stankend an. Da ich hier unten kein Wasser finde, muss ich das jetzt erst mal so machen. Und so. Ich sehe es nicht mehr, es existiert nicht. Äh, 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 äh. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn es keine Leiter gibt, dann machen wir uns selber einen, entweder per Wasseraufzug, per Leiter oder wir nutzen hier weiterhin die Treppe, vielleicht mit einer Minecart. Das wär's. Und es ist schon wieder Nacht. Ja, gut. Das alles weg. Essen. Ich denke mal, das fällt auch irgendwie unter Essen. So einigermaßen. Anderzeit werden wir jetzt brauchen. Steine weg. Das erste Mal weg. Der kommt wieder dahin. Wo ist eigentlich... Da ist mein anderer Eimer. Ah. Kleine Schlingel hat sich versteckt. Ähm... Ähm... Hä? Muss jetzt das Ganze... Ich hab nur 19 Eisen gefahren? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Ach ne, ich hab das schon... Ach, alles klar. Äh... 2... 8, 16, 3... Und da kommt 8 hin. 8, 16, 32, 40, 48. So... Äh... Das da... Das da... Dann... Machen wir das da... und das da... und das da... Abgeschlossen. 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 Was ist hier? 25 Zombies. Ein Mutantenzombie. Ich soll einen Mutantenzombie besiegen. Darauf... Gibt's erstmal einen fetten Geldregen. Guck... Oh... Okay... Oh... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Joah... Das... und das... und das... das alles da rein. Genau. Sag mal, ist die Durability hier runtergesetzt worden? Kommt mir glatt so rüber. Ähm. Ein Schild. So. Ihr werdet lachen, ich weiß nicht, wie man ein Schild craftet. Weil ich das nie benutze. Ähm. Ja, ne, da. Ja, okay. Da kommen wir auch später irgendwann mal noch hin. Ich suche jetzt nur das verdammte Schild. Ähm. Ähm. Wo hat sich das Schild versteckt? Heißt das überhaupt Schild? Ja, Schild. Da. Ähm. Okay. Quest erledigt. Äh, okay. ein Bogen. Ich muss noch da hinten die Angel machen. Äh, Stringshammer. Ich wollte eigentlich ein Batcraft, ne? Das Dumme ist nur... Ich finde irgendwie keine Schafe. catch a fish. Catch a fish. Catch a fish, Ike. Du sollst ein Fisch angeln. Nein. Wir machen erst mal was anderes. Das da. Äh, ich brauche noch mehr normales Holz. Ich werde jetzt erst mal auf die Lederproduktion gehen. Wow. Schilfe. Das da. Du, 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 du. Du, du, du. Ah. Du, 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 du. ich habe eine kuh gefangen ich habe eine kuh gefangen so ich brauche aber weizen für die nächste kuh okay essensprobleme werde ich hier never ever haben nie und nimmer so falls noch hier auftauchen ich muss mich immer wieder entschuldigen für diese nebengeräusche nur eine einzige kack kuh ist hier in dem ganzen gebiet jetzt mich verarschen modpack aber auf sagt tausende von elefanten hier nicht mal leila droppen das ist doch gerade echt zum mäusemelken ich finde keine kuh keine schafe hühner okay die töd ich immer gleich hier ist ein schwein davon habe ich den partner schon gekillt ich habe doch noch keine kuh erlegt hühnchen hühnchen nein hier ich habe hier das essen hier guck komm schicken von welcher mod kann ich nicht lesen nein bleib hier tut mir leid bleib hier komm mit any mod okay hört sich romiert an hier ist irgendwas gestorben ich weiß nicht das ist gleich zeit für ein päuschen ein kleines streaming päuschen kommt wir kriegen ganz besonderen platz kommt kommt mal rein hier brav machen wir jetzt oder geht das es geht nach männlich und weiblich oder es geht natürlich nach männlich und weiblich scheiße was tinted egg okay hört sich seltsam an tinted egg äh ich komm gleich da guck kannst du auf jeden fall joinen äh gewaltest du bist und viel spaß in dem pack naja gibt es eine todesliste weiß ich nicht aber ich bin schon viermal gestorben naja äh warte ich gucke gerade autopin likes blablabla modpack nein ich sehe gerade aktuell keine todesliste äh musst du da mal gucken bevor ich hier irgendwas klicke und dann ist der server da und ich kenne mich äh bop 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 ich muss in die stadt ich brauche strings äh ich mache aber ein ganz kurzes bäuschen und bis gleich roh rockstar dance until i drop my life is a party my home is the club my stage is the dance so party never stop Bis zum nächsten Mal.